So, ich bin gespannt Leute, ich war jetzt echt noch lange dabei und ich halte jetzt die Waitlist aus, Xyzcraft ist hiermit offiziell released, oh man ey, ja hallo Legende, schön dass du mich jetzt anschreibst, 22, 25, 27, hallo, 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 32, hallo, willkommen, 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 ok, ja, es leckt halt, wenn jetzt alle auf einer Stelle sind, ja super, ähm, es leckt gar nicht so schlimm, sehe ich gerade, es geht eigentlich noch, ja, willkommen an alle, 46, 47, 48, 50, 50 Leute nach dem Release, 53, also direkt nach Release, ich habe gerade gesehen, einer kann Bund schreiben, ah ja, ähm, ok, habe ich wohl noch was falsch gemacht, aber das ist ja nicht so wild, sie haben schon wieder ein paar verlassen, achso, ja, jemand hat mich angegeben zur Einladung, Dankeschön, ich bin richtig aufgeregt Leute, 58, aber ihr seht, es ist relativ, guckt mal wie flüssig das ist, das ist flüssig, würde ich jetzt mal sagen, oder? Also dafür, dass alle an derselben Stelle stehen, 62, gut, das Scoreboard leckt ein bisschen, aber dafür, dass, es geht eigentlich, also es ist ziemlich leckfrei, 60 Spieler, ähm, ja, mein Laptop flippt gerade hier aus irgendwie, danke dir, danke dir, Digga, für deinen Ausgeflipper, ja, 60 Leute, also ich danke euch, ich hoffe, es gefällt euch, also, wie gesagt, ich habe jetzt noch echt lange dran gesessen, heute den ganzen Tag eigentlich, und hoffe, dass wirklich nichts schief geht, aber ich bin schon mal froh, dass der Server stabil ist, guck mal wie lagfrei das ist, er kann sich hier perfekt bewegen, 63 Spieler an, es ist einfach wahnsinnig und ich freue mich natürlich mega, dass ihr alle da seid, Leute, also, ich freue mich einfach drüber, dass jetzt so viele Leute gleich kommen, ähm, ist halt einfach wunderschön, 68 Leute, WTF, also ich hätte das nicht gedacht, dass so viele Leute kommen, und vor allem, dass es so lagfrei ist, also, Wahnsinn, 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 ich sehe auch schon, jemand ist schon in der Farmwelt, schreiben auch schon viele, hier, es freut mich einfach, es freut mich einfach, es freut mich einfach, dass hier so, dass das so viel Spaß macht, für euch, natürlich kommt morgen noch mehr dazu, heute ist nur so Beta, ne, ich mache das über Nacht dann nochmal, also über Nacht mache ich noch Quests hinzu und so, aber dann sollte das auch langsam mal werden, also dann wird immer mehr und immer mehr kommen, und, ja, das wird dann natürlich auffällig mehr sein, das Scoreboard leckt ein bisschen, und, okay, ich sehe gerade ziemlich viel passiert in der Konsole, aber es sollte auf jeden Fall alles aushalten, würde ich jetzt mal sagen, es passiert halt sehr viel, aber, ja, ihr seht, lagfrei ist es, 67 Leute da, es laggt nicht, hier, er bewegt sich, perfekt, also, ich bin sehr froh darüber, dass es nicht laggt, ja, und da würde ich sagen, Leute, ich verabschiede mich, ich muss jetzt natürlich gucken, was die ganzen Spieler hier machen, ich hoffe, ihr wart auch dabei, und da wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Dankeschön, und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.